. Perfekt. Einen wunderschönen guten Morgen. Es wird diese Woche kein besonders spannendes Video geben, weil ich einfach keine Zeit hätte, weil ich meine zweite Impfung bekommen hab und dementsprechend ausgenockt war. Aber hey, nur noch zwei Tage bis zum Vollschutz. Uh, von daher hab ich mir überlegt, was kann ich überhaupt nicht? Das ist Vloggen. Deswegen vlogge ich jetzt. Und dann kriegt ihr das am Freitag zu sehen und könnt selber entscheiden, ob ich das kann oder nicht. Ich behaupte, ich kann's nicht, weil ich in sehr vielen Situationen lieber die Kamera weglege. Aber hey, wir werden sehen. Wir wünschen jetzt Feri einen guten Morgen. Guten Morgen, Feri. Planst du deinen Urlaub? Nee, ich hab gerade von morgen Mobile Office eingetragen, weil ich morgen die Zahlen analysieren muss. Das ist einfacher, Mobile Office, wenn ihr alle nicht so laut seid und mir so was von auf den Sack geht. Ups. Mann, du bist tatsächlich nicht eine von den Lauten. Kann man sich kaum vorstellen. Ich versuche zu vloggen, weil ich kein Video hab für Freitag. Deswegen hab ich mir überlegt, was kann ich nicht? Vloggen. Deswegen mach ich das jetzt. Aber ich find dein Tagsdekor. Mein erster Fan. Vielleicht bin ich der Einzige, der in guckt mir halt aber immer hin. Ja, okay, dann hab ich wenigstens eine Person, die's guckt. Ja, aber guck mal, da hinten, da ist Tommy. Eigentlich die Expertise ist bei da hinten, ne? Ja, ja, genau. Wir sind viel zu dunkel hier. Tommy kennt sich bestimmt mit Vloggen aus. Und der ist deutlich sympathischer als ich. Das sagst du. Also ich bin die Rotten Bitt und er ist der Musterknabe. As if. Er hat schon Angst, dass ich komm. Tommy, was kann ich denn überhaupt nicht? Was mit Kameras zu tun hat. Was zu tun überhaupt nicht? Das wissen nur Hardcore-Fans, die das erste Video geguckt haben eigentlich. Oh, ich hab's geguckt. Dich selbst filmen. Ja, schon so ziemlich. Also vloggen vor allem. Ja. Mich selbst filmen ist was anderes, aber vloggen ist... Schwierig. Nee, ich muss halt überall die Kamera mit hinnehmen. Ich muss solche Gespräche aufnehmen und dabei nicht Dich angucken, sondern die ganze Zeit hier reingucken. Als wärst du mir persönlich super egal. Nee, wir sehen uns durch die Linse. Nee, ich ja nicht. Ich muss ja reingucken. Später, wenn wir uns das Video angucken, gucken wir uns in die Augen. Später dann. Später dann. Wenn's mal online ist. Ja. Hast du Tipps für Vloggen? Oh, ich bin auch cool. Wenn Leute vloggen wollen? Ja, ich bin auch richtig schlecht. Ich hab, glaube ich, in meinem Leben vielleicht drei Vlogs gedreht. Okay, cool. Und das ist sehr schön. Nur Experten hier. Sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil ich mit meinem Freund unterwegs war und die ganze Zeit in die Kamera geredet habe und nichts mit ihm überquatscht habe. Das, finde ich, noch das Awkwardste ist, wenn Leute die ganze Zeit unterwegs sind und nur in die Kamera sprechen, was schön für euch ist, weil ihr fühlt euch angesprochen, aber die Leute, die dann drumherum sind, sind eigentlich nur noch so Deko. Ja. Aber ich bin gerne deine Deko. Ah. Ich hab schon angegeben, dass ich die Maske von dir hab. Ja, wir sind zum Partner noch. Deswegen ist es gut hier. Voll gut. Na ja, jetzt trinke ich erst mal Kaffee und plane meinen Urlaub, weil ich den noch einreichen muss. Wie alle im Büro wissen, trinke ich unfassbar viel Wasser und hab immer meine eigene Flasche dabei. Obwohl wir auch hier Wasser haben, so ist es nicht. Und deswegen holen wir uns jetzt erst mal Wasser und vielleicht noch ein bisschen Obst. Ja, ich glaube, ein bisschen Obst wäre nicht schlecht. Ähm, ich muss euch irgendwie kurz abstellen. Ja. Wunderschön in dieser Küche. Ein Traum, das ist hier der Stift, wo man eintragen kann, wenn was fehlt. Bäm. Fast seid ihr umgekippt. Aber auch nur fast. Erst mal Haare richten, weil Wasser auffüllen sehr spannend ist. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch ein bisschen Obst. Und ich gucken Menschen an. Nacho vloggt. Nacho versucht zu vloggen. So, Obst müssen wir waschen. Es wird ein mini, 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 mini Obst-Ding. Hier werde ich jetzt ein bisschen zubereiten. So, und jetzt müssen wir uns wieder koordinieren. Hand durch die Sicherheitsschlaufe. Wow, ihr seid so nah an meinem Gesicht, das ist wunderschön. Flasche, Klemmi und den Arm. Jetzt seid ihr hier. Also wir stellen uns jetzt den Obstteller auf den Platz. Für die Vitamine. Und das Wasser. So, der Beweis. Tadaa. Aria. 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 Das mag mich nicht so gerne ganz. Aria. So schön. Ja. Dekker. Wollen wir dir mal ein Leckerliebe sagen? Hey. Wirst du dir geben? Ja. Okay. Ich glaube nämlich. Sie kann ja sterben und... Hallo, guck mal. Magst du das? Ja. Die sind jetzt beste Freunde, ne? Und PENG. Also, mein Problem ist ja, dass ich sehr schlecht im Vloggen bin. Und es klingelt und wir machen die Tür auf. Upp, upp. Feri lacht mich aus. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich habe nicht ausgelacht. Sondern? Sondern? Ich habe über Liz gelacht. Aha. Ja. Liz ist unheimlich lustig. Hahaha. Witzig herrlich. Ich bin aber so witzig. Also Liz. Ja. Ich versuche zu vloggen. Ja. Ich bin sehr schlecht. Ich finde was, das ist ziemlich gut. Ja, das sagen alle. Und ich habe das Gefühl, ich bin richtig schlecht, weil ich immer gerne den Leuten... Guck mal, ich muss jetzt uns framen und muss eigentlich so halten. Mein Arm hält das aber nicht. Hahaha. Verständlich. Du vloggst auch mit einer sehr großen Kamera. Vielleicht ist das der erste Tipp zum Vloggen. Eine kleinere Kamera. Oh! Hier heißt es Tim. Eine kompaktere Kamera. Wie viel? Also ihr müsst euch vorstellen, Nacho trägt hier jetzt ungefähr... Also sind das zwei, drei Kilo? Also eine kompakte Kamera wäre schon mal nicht schlecht? Ja, was Kleineres. Ja. Handy geht auch. Ja, das stimmt. Wenn du gute Handy-Kamera hast. Ja. Du vloggst ja ganz viel, ne? Nö. Ich bin da auch schlecht drin. Fuck. Die falsche Person. Wenn du dann mal vloggst, nimmst du alles mit? Was passiert? Nein, ich fange immer Vlogs an und dann höre ich irgendwann am Tag auf. Okay. Und bin auch nicht so gut da drin alles zu dokumentieren. Aber eigentlich wäre das sinnvoll, ja. Okay. Ja, das versuche ich. Ist mir auch schon auf keinen schwierig. Ja. Sehr schwierig. Also, I feel you. Ihr müsst euch eigentlich auch noch mal streiten, ne? I love it. Jetzt ist doch noch ein Ei. So, es gab Mittagessen und die liebe Cree hat für alle Menschen Eis besorgt. Und ich bin die Einzige, die bis jetzt was ausgenommen hat. Das ändern wir. Das ändern wir. Das ändern wir. Wir gehen jetzt Eis essen. Ich bring mich auf Eis. Mir ist nämlich auch sehr warm. Wir haben heute 26, 27, ich weiß es nicht. Alles voll. Leute, Leute, Leute. So, nicht lange offen lassen. Klimawandel und so. Ich sehe schon, was ich will. Ups. Geil. Und jetzt stratzen wir ganz stolz durchs Büro. Na, Leute. Habt ihr auch schon ein Eis? Hm? 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 Ja, würde ich es mir mal holen. Weil die liebe Cree hat es extra besorgt. Du vloggst ja auch, ne? Ja. Hast du Tipps fürs Vloggen? Also, wir haben schon von Liz den Tipp, eine kleine Kamera zu nehmen. Ja, voll. Mein Arm stirbt? Ja. Ich kann förmlich spüren, wie immer mehr. Ja. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja krass. Der muss aber auch auf dich selbst ziehen. Ja, ja. Das ist ja krasser als jedes Bizeps-Training. Ja, nee, um Gottes Willen. Könnte ich niemals mit vloggen. Niemals. Never ever. Kein Verwinden. Also, du gibst lustreich. Eine kleinere Cam? Definitiv kleinere Cam. Ja. So ein kleines Stativ hast du ja. Finde ich geil. Ansonsten, ja, einfach alles mitnehmen. Alles fühlen, was geht. Deswegen hasse ich vloggen, weil wenn man kein Ende hat, dann hat man einfach kein Ende. Was habe ich denn gelernt über das Vloggen? Dass ich es immer noch nicht sehr gut kann. Ich vergesse sehr oft die Kamera anzumachen. Und jetzt... Hast du schon wieder das Ende vergessen? Oh, Tobi! Das ist das Ende vergessen, oder? Das ist richtig unangenehm. Das musst du auch nehmen, ne? Das ist echt ärgerlich. Oh! Muss ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich war mir nicht sicher, ob du vorerst überlachst gerade. Ich war nur auf Toilette und dachte mir schnell raus. Ja. Ja, das ist... Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr sagen. Ich glaube, das war das perfekte Ende für dieses Video. Ich glaube, das war das Video.